Das kann ich auch schon sagen, wir sind mit drei Teams und auch drei Team. Zwei, drei, drei Team? Ja, so, ich meine, Bobi. Was weiß ich? Das kann man schon machen, da müssen natürlich die anderen wieder weggehen. Wenn man natürlich den zwei gleicher, uns zwei in der... dann wird es mir egal, was ich weiß. Schönen wir mal einfach mal anscheißen, mein Blöder. Das ist ja viel. Ja. Aber die anderen sitzen. Das wird wohl sein. Das ist gar nicht möglich, oder was? Das machen wir ja nicht. In irgendeinem Nachschirm, der vorher gespielt hat, dann hat es einmal... genau, wohnen wir fertig. Die haben... Die haben so ein paar Tage raus, irgendwie. Nein, nicht raus. Jetzt haben sie auch ein bisschen gebraucht, oder was? Nein, was tun Sie doch? Bist du irgendwie gerne auch, oder und so Praktikumszeug? Das muss ich nicht machen. Muss ich nicht machen? Nein, das ist ja nichts, was ich machen muss. Warum? Also, wo man auch alles so verziehen? Ja. Aber was ich meine? Was ich meine? Im Praktikum muss ich nicht mehr zeigen. Das ist ein Vokalmika zum Beispiel, wenn wir das ständig machen, habe ich eine Serie. Ja, wir können... Im Praktikum, oder und? Ich bin nämlich in die Ferien auch leider. Und das ist wohl... Drei Wochen. Da bin ich wahrscheinlich total lang schon mehr Spur oder drin. Das ist, glaube ich... Das muss ja... Ich auch, oder? Ich bin schon 80. Nein, danke. Das ist Spur oder oder was? Der ist normalerweise im Passraum an unserer Umgebung, aber da das was ist, was im Passraum gemeinsam macht. Also, ich glaube, wir sind auch im Tänksturm gemacht. Ich bin praktisch dahin gegangen. Kannst du meinen? Das ist die Frage, richtig? Mal halt unter der Wokabel für ein paar Stunden Tänk, wenn ich... Tänkungen haben und sprach. War... 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 Du mitschel態 Also, du INSCHELойти über... Dann clustersend bei... Falschel acidic. whaimk! Falschel curv... dass das ist nehm... Da고ulver égalementi oder was er für gemacht hat. Warum bin ich jetzt immer so schnell? Ich zieh mich jetzt langsam, oder? Ja. Ja. Nein. Ich bin neu, ich will mich nicht sehen. Du musst nur den Wollnehmen. Wo ist der? Ich geh auch da bei dir. Der Feind kann nicht viel bei mir aufpassen. Wo ist der da? Ha! Guck mal. Hast du den? Ja, ich den will jetzt. Du musst auch mich aufpassen. Ja, das wird Spaß. Nein, nein. Wollen wir ihn anschließen. Dann kriegst du ihn an. Ja. Sog mal das Ding. Nein, 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 nein. Das ist guter. Das ist ja bald, ne. Ich erinnert euch zu sagen. Nein, nein. Das sind ausgessen. Ja. Ja. Ein Mann mit Lübs, quasi. Ähm. Die Benütztaste. Benütztaste? Nee. Ich würde das auch zeigen können, ist mir auch nicht möglich, aber wenn ich die PS2 will. Ja. Ja, da ist die PS2. Ich bin vom 1. Puck, Puck, Pitch. Puck, Puck, Pitch. Puck, Puck, Pitch. Puck, Puck, Pitch. Ja, ich will den Scheiße, dann ist der andere wieder. Also, ihr möchtet den Ball beide gleich lang halten. Ja. Ja. Du kriegst ordentlich. Weil ich hab nicht viel Druck. Ja. Passt nicht. Ja, bitte schaffst du, bitte schaffst du. Sag mich doch mal. Nein! Nein! Nein. Ich glaube schnell. 10? J인지 jetzt den Menschen anfangen zu? Ich schafze,llo. Ja das teamed noch mal. Echt? Ja, das bist du sehr. Ich Notre! ролik! Volt ist dir. Ui! Nein! Es ist endlich! Ich bin nicht eher gleich. Was? Scheiße! Wollt ihr jetzt so ohne? Ja, fang mal durch. Gibt nichts mehr. Gut, ich bin genau hier. Huuu! Oh, ich guck! 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 In der Familie will ja auch einfach die nächste! Hä? Warum ist das bloß? Na, da werden wir sie jetzt ziemlich die kleinen haben. Was ist das? Ja, dann haben wir wirklich quasi schöner Vorteil. Ja, in gewisser Weise. Der Schieb muss man ja noch reinnehmen, gell? Ja! Weil! Ich hab die da fremd geschlagen! Boah, das war wohl so gescheit. Ah! Also, ihr könnt bestimmt jeder Schieb immer noch reinnehmen. Ja. Warum? Ich meine, wenn ihr eine Minute noch habt, oder jeder von euch noch eine Minute noch habt. Warum? Weil ihr das eingestellt habt. Gut, fragt! Woher hört ihr jetzt Spüle nach, oder was? Nein, das war schon. Ich kann ja bloß für jedenfalls. Ich brauch noch 11 Sekunden, und dann brauch noch 13 Sekunden. Ich 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 geh immer ein, bloß zu mir eben. Scheiße! Was macht man eigentlich können in der Himmel, gell? Boah! Ich schau jetzt mal in der Pause hier an! Hör' gleich hier vorne! Wieso? Ich schau dir jetzt mit 2 Sekunden, 2 Sekunden. Stirb doch doch endlich! Ah! Jetzt kommt der nächste! Na, Alter! Schieb wie das macht es richtig. Ah! Die Poli sind doch ganz anders. Schieb, wir gehen auch hier rein. Fast. Weiter, rein, weiter, rein, 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 rein. Wahh! Wir wollen jetzt eine Respirierung mal landen. Super, Vorsicht, 20 Minuten. Also, Vorsicht auch. Renn weiter, renn weiter! Wirklich, bist du da? Der andere ist aufgehauen. Der andere ist aufgehauen. Der andere ist aufgehauen. Nein, da ist schon wieder jemand. Ja, 2, 1! Ja, 2, 1! Das ist ein Wurzang. Eigentlich hätte es nicht Wurzang gespielen können. Ja, das hat doch gut gepasst mit den Teams. Ja. Die Teams sind ein guter Teil. Das war schon geil. Ja, du bist ja hinter ihm, hinter ihm. Da ist immer Granaten gekommen, oder? Was? Du wirst da stehen bleiben wegen der Granaten. Warum? Ja, du wirst da stehen bleiben. Du wirst da stehen bleiben. Ja, du wirst da stehen bleiben. Ja, du wirst da stehen bleiben. Ja, das ist nicht so. Ja, du wirst da stehen bleiben. Ja, du wirst da stehen bleiben. Wie? Ja, das ist halt die zwei Punkte. Wir sind ja gleich gleich. Das sind doch noch nicht. Das passiert ja gar nicht mehr. Was heißt gut? Was heißt gut? Der existiert ja noch weiter. Das war die... Mauer... Die Mauer... Die Mauer... Jetzt erhobt ihr's jetzt bald. Einmal haust du ab. Wieso machst du... Hast du jetzt noch mal oder nicht? Oder was anderes? Ja, ich wüsste nicht. Was willst du denn? Ich habe der Schüppi die Mille da nebst einen Kau... Wer ist die D-O-D-Spray? Du hast die E-O-E. Wernstens... Wernstens... Wernstens, aufgeregt's... Wernstens, aufgeregt's... Wernstens, aufgeregt's... E-O-E- Ja, Mann! Ich hab mich hier so verstanden, aber das ist die mitgelebt. Super! Ja, super, Schüppi! Wie ist das страх, ist er. Ehh... 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 Nee! So gehend, ihr haltetität. Hahahaha... Ehh... Ich hab Angst, mit der Frau... Das ist die ganze Zeit nicht mehr. Super, Thomas. Spiele für den Quartal. Weil ich ein Paul-Nutsche kommt noch ab? Nein. Jawohl. Ich schau dir die ganze Zeit, dass ich dem Springer da will. Aber das wird nichts. Wir haben schon was du mir heute hast. Wir haben schon Zeit. Ja, jetzt springen wir alle mal, oder was? Ja, jump, bruh. Das ist so mal jump, bruh, oder? Nein, komm, zau. Ah, nein. Ich bin totgestürzt. Ja, ruhig. Rücksteuern. Rücksteuern. Was ist das für mich, Tom? Ich trau sie. Was ist das für? Haben die schon in meinen Augen? Ja, in meinen Augen schon fast zwei Minuten. Aber da haben die da. Ich denke bei mir. Ich darf jetzt einfach auf Unentschieden passieren. Scheiße, ich hab mich nicht mehr, ich hab mich nicht mehr, ich hab mich nicht mehr. Du! Ja, nein. Ah! Ah! Keine Ahnung! Ah! Das ist ja gar nicht. Das müssen wir bloß tun, dass ich noch mal kreiert. Dann haben wir schon gemacht. Nein, das ist ja gar nicht so. Das ist ja super, Alter. Ah, du kommst wieder an. Ah, nein. Das war der. Woher ist das? Alter, der passt. Zwei Minuten. Man, der geht mich schon wieder. Nimm mich. Ja, ich verstehe. Nimm. Oh, sonne. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Nimm mich, nimm mich. Wollt ihr? Wollt ihr? Ja, bei mir, oder? Ja, jetzt muss ich mal wieder. Wollt ihr? Ja. Soll du dich aushalten, oder? Jetzt geheizt, und ich war jetzt nicht älter. Das ist gut. Wollt ihr immer, könntest du dich da sein? Guck was essen, Jan? Der ist einfach nicht so. Aber der ist. Da ist er. Der Aufzug. Nein! Ah! Ah! Der Falk drauf was halt! Da ist doch kein Gehäckertrum. Ah ja! Ja, falls du den mit ab? Ja, ist doch nicht vorbei. Ja, das ist jetzt gerade... Das dreht sich doch nicht mehr. Ja, der ist schon neunzig. Nein! Nein! Was ist das? Oh, ich denke mir wieder wieder. Jawohl! 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 Ehe, ich kann mich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich nicht, ja. Nein! Jawohl! 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 Ja, freckst du jetzt mal. Du hast ja drei gespalten. Oh, okay. Du hast ja schon wieder eine Exe. Ich bin da richtig. Aua! Das war ja im Gart. Oh, okay. Wer hat noch eine Exe? Geht mich an! Ja, wer ist jetzt? Zwo, Fünf. Zwo, Sechs. Hey, wir kennen zusammen. Ja, der Ding. Nein, das nicht. Tschüssi. Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Jawohl! Stolz, Puzzi. Was ist denn wieder? Jawohl! Einfach so schön wie für mich, ne? Das ist auch scheiße, ne? Geh einfach weiter. Jawohl, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich habe es aber nicht geschafft. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Achtung! Jawohl! Wir haben jetzt noch ein paar Stunden nach. Ich habe es hier genommen. Was ist denn hier? Das ist jetzt hier? Ich habe es hier drastet. Die Dich, die Dich, die Dich, das ist jetzt hier nicht weg. Das ist jetzt hier drastet. Verdammt! Ja! Darf ich den mal wieder? Darf ich den? 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 Ja! Nein! Ich bin ja bald noch geflohen verranzt! Ich schon! Hey! Oh, jetzt hab ich eine Idee! Verdammt! Dern! Ehhhhh! Den Sekunden hab ich jetzt eh gemerkt, dass das gefallen hat! Nein! 30 Sekunden! 30! Oh! Halt ab! Guter Kelly! Wieso hat er doch nicht schon wieder diese Scheiße wollen? Wer sonst? Schubi, Schubi, herkommen! Schubi! Ja, nehmt die Beine, die Beine, die Beine. Genau! Ach genau, die gehen nur die Zeit! Ich stimme nur mit dem Kruch! Hat mein... Das Kruch! Kruch! Eißelie! Jawohl! Ah! Du kannst doch nichts mehr haben! Ich hab da noch das Ding hier! Jawohl! Oder Stopp! Ich hab gleich Stopp! Fliege und sie! Never ever! Ja, was schön ist denn der? Ah! Ja, ich bin noch weiter weg. Ich bin noch einmal weiter. Oh, jetzt haben wir noch keinen. Geil ich! Ah! Lass es zu! Jawohl! Ha, ha, ha! Lass es zu! 2 oder 3 Wiertel Minuten! Ha, ha, ha! Das war am Anfang! Das war am Anfang! Der ist ja die ganze Zeit wie dumm auf ihn eingeflogen! Ja, ich hab mit der Schütze... Schatz, jetzt! Na, nicht der Eisbocker, ich hab ihn genagelt! Was ist bei mir? Slayer! Slayer! Ja, da! Nein, mach mal, mach mal! Zauberer! Cool, was ist das? Ja, da! Zauberer kennt schon ein Fleck wie ihr Team! Ist so ziemlich gewaltig, so ich meine meine Team! Ja, das war der generell! Ja, das ist halt voll übersichtlich! Nur mal rein, so! Das ist das Leiter nicht! Jetzt sehen wir es aus! Was, was sagen wir? Immer mit Schiffs? Ja, fertig! Ja! Ja, das ist das Leiter! Ja! Ja! Ja, ja! Ja, das ist ja ein Schleier! Ja! 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 Was für Kreisliefer? Was für Kreisliefer? Ich will eigentlich zur Zeit anschauen. Wenn ich jetzt komme, wo ich seitdem bin, und wenn ich dann Urmittelpaniken kann, und wenn ich Gungrave habe, dann will ich das vielleicht nochmal anschauen. Na, ist ein Slayer? Ah! Ich bin immer da fino. Halt ja nicht. Ja, bitte. Eine Brise Grettenball. Zum Glück nicht so viel, das ist ein Slayer. Ja, ich müsste gerne mitkommen. Sorry. Ja, bei mir ist es ja gerade richtig schwer, weil hier im Busy habe ich normalerweise im Stück Mensch per Schoß. Stück Mensch? Und jetzt hat es sich ein und auf. Ja, ich habe es so... Was mich als Neuer so gefallen hat, ist, dass der Hauptcharakter süß und meine Schwester ist. Wie ist deine Schwester? Das ist neuer und Hauptcharakter. Das ist der Hauptcharakter. Was mir als Neuer so gut gefallen hat, ist, dass der Hauptcharakter süß ist und meine Schwester. Ich will auch in den Ballträger haben, aber ich weiß es nicht. Was sind Ballträger? Ich weiß es. Alla. Arsch. Ich habe heute noch eine Leitzeile. Nein. Ich habe heute noch eine Leitzeile. Ich habe heute noch eine Leitzeile. Ja, ich habe heute noch eine Leitzeile. Ich habe heute noch eine Leitzeile. Ein Schmuck. Wie kann ich es? Dich. Wird der in den? Ja, oder man schaut. Henrikke, die ich einrollen. Und ich habe die Siebeeres? Die Siebeeres. Und dann tschüss. Und dann tschüss. Ich hab mit dem Schwertel gesagt, unter... Nein, 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 mit dem Schwertel habe ich nicht gesagt. ...dass du es voltar, ins Heimschulgriff, Aua, Aua! Was gibt's denn denn? Boah, ne ich hab's schon mal eintet. Ich weiß nicht, was ich noch mal machen wollte, was ich noch mal machen wollte. Das haben wir bei der ersten Session, wo wir jetzt so sechs Stunden haben wir schon... Ja, du wirst nicht schon bald sterben. Du wirst schon bald die Stücke, glaube ich. Das ist ja einer. Das haben wir überhört. Wir wollen jetzt den Toast weg. Wir machen das. Was? Wir machen das. Wir machen das jetzt auch direkt. Am Rogen. Ja, den da will ich nicht sagen. Super. Okay. Hast du jetzt die Frut gehabt oder ihr? Die Frut? Ja. Jetzt hat ihr quasi Frut. Frut! Nein! Das ist so seltsam. Sicher eigentlich nicht mehr. Ich will auch nicht spielen. Ich will auch nicht kippen. Wie ist er? Da gibt es dort nur noch... Es gibt irgendwelche Einsäge in einem Haus, die über die Treppenrollen, wo ich nicht so schreit. Ha! Mach's doch mal! Volles Haus, Alter. Voll der Bicke. Ja, ist sie hier drin, oder? Dann schauen wir uns die reichen Leichen an. Dann schauen wir uns die reichen Leichen an. Ach, schon wieder. Ja, wir sind alle noch nicht fertig. Öffnen die Gabel. Warum sind wir das eigentlich mitbekommen? Das ist, was du hättest. Das haben wir jetzt draufschauen. Der Aufstehen. Der steht über, der Übrige. Für mich kommt noch aus, mein Ergebnis kommt das, dass wir sieben stünde, oder die zehn, getränke, kochende Getränke gefühlt. Mit mir am Teele. Das ist nicht das Problem, oder? Ja, ich kann es machen. Das sind die kleine Dinge, oder was ist das losen? Ich hab doch bloß einen Ausgleich. Der wird auch nicht verstückt. Ja, der meine Rehauts kommt weg. Ich hab' einen Liefer-Service. Wir haben da mal ein Ding mitgebracht. Ja, dann wie wir es halt Zeit. Der Kortofin oder wer heißt das? Kortofin oder wer heißt das? Kortofin oder Kortofin? Kortofin. Ich glaub' der schon machen will, mit dem. Ich hab' den Fünfweg aus der Beschwellung dran. Zum Fallesfunk. Ich hab' den Fünfweg aus der Beschwellung dran. Ich hab' den Fünfweg aus der Beschwellung dran. Jetzt wieder hab' den Fünfweg aus Kai. Ich hab' den Fünfweg, wo ich hier noch gebe. Ich hab' den Fünfweg aus der Beschwellung dran. Ich hab' den Fünfweg aus der Beschwellung dran. Das ist jetzt gar nicht. Es ist gut, aber Wasser muss ich nicht gut. Es muss wirklich schnell verschieben. Da machen wir jetzt mal wieder. Ich denke mal, wenn ich in die Bimurt attaine. Ein Rlauwe wie auch. Ich hab' den Räuglichste Tatiore zehn Meter. So schleifen, wo ich das muss an. Ja, ich hab' den Fünfweg. Ich hab' da gemacht, die kleine Pulli. AAAAAAH